Dschala, Dschala, Islamismus! Bleibt die Kamera schon, Ahmed? Hast du ihm meinen Namen gesagt, oder was? Hey, Ali, du bist so ein Volltrottelner, jetzt ist auch egal. Liebe Islamismus, Bruder, Terror in Deutschland ist schwierig wegen viel innerer Sicherheit. Da kann sich manches ungläubige Land ein Schäuble davon abschnallen. Halt's den Maul, Ali. Viele Bruder fragen mich Terror in Deutschland, aber wo? Also ganz wichtig ist, nicht die Städte verwechseln, ja? Das hier ist die Oper in Bayreuth. Und das hier ist die Oper in Bayreuth, alles klar. Viele Bruder fragen Terror in Deutschland, aber wann? Wichtig in Deutschland ist pünktlich. Vor allem wenn du hast Autobombe mit Zeitzünder, musst du haben schnelle Karre. Nicht so wie dein Schwager Selim neulich. Ali, als Maul. Vier Bruder fragen mich Terror in Deutschland, aber wie? Ja, wenn ich mache Attentat, ich benutze immer Verkleidung, wie zum Beispiel falsche Bart, Handschuhe wegen keinem Fingerabdruck und Badekappe, damit du keine Haare verlierst wegen genetischem Fingerabdruck, verstehst du? Aber ich bin doch voll der Stress und sieht auch noch scheiße aus, macht doch lieber Selbstmordattentat. Halt's Maul, Ali. Und Vorsicht bei Autobombe, weil Deutsche Autos hier sind sehr stabil. Und gute Sache ist auch Paketbombe. Aber Vorsicht, wenn es zu wenig Porto auf Paket, Paket kommt zurück. Ist mein Kumpel Abdul passiert, war nicht schön. Einfach geh zurück, bitte. Zurück an Absender? Warum? Alles klar, Terror in Deutschland, aber mit wem? Sucht euch Glaubensbruder, die euch unterstützen. Aber Vorsicht, nicht jeder mit ihrem Blick und langen Bart ist Glaubensbruder. Übrigens, werden bei uns immer wieder Stellen als Selbstmordattentäter frei. Also, wenn du keinen Schulabschluss hast und leicht zu manipulieren bist, dann bist du genau der Richtige. Und außerdem, jeder Selbstmordattentäter kriegt im Paradies 72 Jungfrauen und eine Tüte Datteln. Und was ist mit weiblichen Attentäter? Vielleicht brauchen die gar keine 72 Jungfrauen. Hey, bis ich jetzt schwule Frauen verstehe, oder was? Mach du mal Filmschön, ich muss aufs Klo. So, das war's bitte für heute. Wer Interesse hat an Terror und Leben im Untergrund, der schreibt eine Postkarte an Ahmed Donali, Stichwort Untergrund, im Drostehülshof, Weg 17, 33 567 Erfurt. Verrätst du gerade unsere Adresse, oder was? Bist du scheiße? Gib die Scheiße her. Geist immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020